Ich möchte jetzt zeigen, wie man den linken Seitenrand auf 3,5 cm einstellen kann. Man geht hier auf Format, Seite, hat hier die Einstellung für Seitenränder, hier in der Registerkarte Seite, stellt dann hier 3,5 ein. Jetzt hierher, vergleiche jetzt hier links, was sich hier verändert, und es ist hier dann dementsprechend breiter geworden.